ja hallo ihr lieben und ja willkommen zu diesem kleinen aber vor allem ja podcast würde ich jetzt mal nennen oder ja mit so ein paar bildern hinten dran ich habe jetzt kein spezielles weihnachts video gedreht extra oder so mal in kleinen podcast habe ich gesagt ja wie gesagt ich habe auch kein spezielles video gedreht was am 24 dezember rauskommt denn der 24 25 und 26 dezember gehören mir und meiner familie entschuldigung da mache ich nichts in sachen youtube und co da meine er was bastel ich eher was für mich ohne kamera und wie gesagt ich habe das alles ruhig angehen lassen weihnachten ich hoffe ihr wart auch bei eurer familie schön bei uns gab es auch lecker essen rehrücken und beziehungsweise rebraten war das sogar und wildschweinbraten gab es auch ja wie gesagt nicht dass ich ihr denkt ja der vergisst jetzt wieder alle nimmt nein bei mir ist das so wie gesagt ich mache kein spezielles video was am 24 rauskommt sondern ich mache ein video sondern bei mir ändert hat sich jetzt so hat sich ein bisschen ja gesagt ich habe zu mir gesagt dieses jahr machst du kein weihnachtsvideo kein spezielles sondern einfach ein video was nach was du nach weihnachten eben schnell machen kannst denn wie gesagt ja die weihnachtszeit beziehungsweise die drei tage mit heilig abend ersten und zweiten weihnachtstag das sind tage die meiner familie eben gehören und da kümmere ich mich um nichts anderes da sitze ich beziehungsweise da setze ich mich einfach mal am computer auch privat beziehungsweise ohne kamera und gucke mir youtube videos angemütlich oder ich fahr vielleicht mit der spiegelreflex kamera irgendwo nach bilder naja das das sind so sachen die ich dann halt mache neben modellbau es gibt nicht nur modellbau sondern ich habe auch noch ein paar weitere hobbys ne und so weiter ihr das ist ja nicht nur modellbau das ist ja auch lego und so weiter gibt ja auch viele lego sets sind teure lego set sogar die ich in meiner sammlung habt ne hier könnt ihr auch ihr könnt auch so ein paar bilder von mir sehen was so meine anderen hobbys sind ne und da habe ich euch immer so beschreibungen da drunter gepackt ne das sind so wie gesagt meine anderen hobbys ne man meine modellbahn ne beziehungsweise meinen beiden modellbahnen im winter mache ich nicht viel draußen an meiner lgb bahn sondern eher an meiner spur 0 bahn mache ich irgendwas da da habe ich aber auch nicht die kamera dabei muss ich sagen weil wie gesagt das genre modellbahn gibt es bei mir nicht auf dem youtube channel das wird es auch nie geben es gibt einfach genug modellbahn youtube kanäle klar jetzt sagte ein oder andere vielleicht warum machst du würde warum präsentierst du nicht deine spur 0 anlage 1 zu 43 oder beziehungsweise 1 zu 45 das ist doch das ist doch eine spur größe die kaum einer auf youtube präsentiert ja gibt es aber auch kanäle ne und mit mit ab und an schreibe ich mit anderen auch ne ich selber ja mache keine videos sondern dass mein youtube channel wie gesagt ist halt eben 1 zu 50 modelle h0 modelle ne lkw modelle allen allen artens ne und so weiter und so fort im übrigen ich warte noch auf ein lkw modell ja im maßstab 1 zu 50 kommt vom wsi da lasst euch mal überraschen wie gesagt das ist auch noch in der pipeline ja da muss ich auch noch ein video drüber machen ne und dann wollte ich unbedingt mal ein präsentationsdiorama in h0 bauen das habe ich auch noch nicht angefangen ne das zeige ich euch natürlich ja das sollte es mal das sollte man so ein so ein wie gesagt so ein bisschen so eine kleine 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 ja ach jetzt habe ich wieder den faden verloren so ein kleiner vorblick sein oder was ich überhaupt weihnachten macht weihnachten mache ich wie gesagt wenn wenn jetzt aktuell regnet es ja ne boah ist ein blödes wetter kannst halt nicht viel draußen an der an der lgb bahn machen ne die ist jetzt auch im winterschlaf wie gesagt und ich mache halt sehr sehr viel an meiner spur 0 anlage weiter ne oder oder mache baue an lego sets eben in diesen beiden feiertagen ne also modellbau wenn dann nur wie gesagt an meiner an meiner modellbahn und nichts anderes ne so modellbausätze baue ich nicht zusammen beziehungsweise das so äh zwischen weihnachten und neujahr wollte ich ein livestream auch machen dann bauen wir auf jeden fall mal die zeche zollverein also zumindest den ersten teil der zeche zollverein das ist ja die schachtanlage mit dem doppelbock und so weiter ne dann gibt es auch noch weitere bausätze von ne die kohlenwäsche dann ich meine noch irgendwas verladung und so weiter ne du kannst die komplette zeche nachbauen also die komplette schachtanlage 12 ne ist schon ganz interessant jo und ansonsten ja das könnte man machen ne aber wie gesagt jetzt so an den beiden weihnachtsfeiertagen habe ich nichts in sachen youtube gemacht ich hatte erst überlegt machst du ein kleines ähm ja so ein ach wie heißen die videos äh ja so ein kurzvideo ne was eine minute lang geht oder so ne ein short jetzt habe ich das wieder nein habe ich auch keine lust drauf gehabt ich mache das lieber so nach weihnachten heute haben wir ja den 27sten ne wenn das video rauskommt ne das ist eine kleine rückmeldung was war ne wie gesagt ich habe es ruhig angehen ich habe die weihnachtszeit ruhig angehen lassen also ohne kamera ohne irgendwie dass ich jetzt was im modell im keller unten mache oder sonstig irgendwas nein ich habe es ganz ruhig angehen lassen ich habe an meiner Spur 0 Bahn wie gesagt was gemacht und so weiter ne und auch zwei Lego Sets gebaut zusammengebaut ne ansonsten mit der Familie das ist ganz wichtig Familie steht an erster Stelle ich hoffe das ist bei euch auch so das Familie steht bei mir vor der Arbeit und wenn jeder sagt die Arbeit geht vor der Familie das ist zum Beispiel sowas nein Arbeit kommt bei mir an zweiter Stelle nach der Familie nach den Verwandten und allem anderen ne dann kommt erst die Arbeit das ist das ist das zweitwichtigste Gesundheit ne ist das zweite in dritter Stelle kommt dann irgendwann bei mir die Arbeit mal ne ja so ist das und ich hoffe ihr hattet auch ein schönes Weihnachtsfest mit eurer Familie mit euren mit Frau Kindern und so weiter ja das soll es eigentlich schon fast gewesen sein wie gesagt mal so ein das ist eher so ein Podcast oder irgendwie sowas wie man es nennen möchte so eine kleine Rückmeldung einfach nach den Weihnachtsfeiertagen wie gesagt entweder morgen oder übermorgen mache ich einen Livestream dann ne dann baue ich mit euch zusammen ähm oder beginne ich die Zeche mit euch zu bauen ne jo und ansonsten äh wie gesagt habe ich kriege ich noch das neue Modell von WSI habe ich in der Pipeline da lasst euch mal überraschen was es ist es ist ein Viermodell so viel sei gesagt es ist jetzt also nicht ein Mercedes Modell ohne irgendwelche Firmenbedruckung es ist ein Viermodell einer recht bekannten Firma ne und da brauche ich glaube ich auch nicht weiter auszuholen und werde ich es auch nicht ich möchte jetzt nicht so viel spoilern ne jo und ansonsten kommt noch gut rein wie gesagt übermorgen oder morgen oder übermorgen kommt ein Livestream da lasst euch auch mal überraschen ne macht es gut bis dahin und salut salut